so heute zeige ich euch mal wie man das green menü im audi a6 4g modell freischalten könnt und zwar so jetzt zeige ich euch das mal moment ich drehe mal die kamera so green menü das ist ihr muss auf auf jeden fall erst mal auf 5f so dann geht ihr erst mal ins menü rein zack so wartet ihr ladet und ladet so anpassen das war unscharf kommt schon so anpassung so dann sucht ihr euch diesen punkt kanal 6 na komm schon und ein weiter so bei mir war der wert vorher auf null ihr müsst den auf wert eins setzen damit ihr die screen menü aktiviert das steht ja auch selber in aktiv auf null und wenn ihr in diesen green menü rein wollt müsst ihr auf eins also wenn ihr einmal gewählt habt dann bleibt er auch auf eins so dieses green menü ist halt das hier moment ich gehe mal rein das ist halt mit den beiden tasten gleichzeitig drücken gedrückt halten das ist das menu vom auto also was du halt jede einstellung machen kannst und also alles mögliche so gehen wir wieder raus dass der menü so das war es erstmal kommentare sind sehr gern könnt ihr könnt ihr könnt ihr ruhig schreiben diesen erwünscht und da würde ich sagen bis zum nächsten mal